Und, wie war's gestern mit der Anna? Naja, was de, hoffen wir ihm schmeckt nur ein Gulasch. So wie es dieser gut gemeinte Rat treffend formuliert, sollte eine Wiedervereinigung mit dem Ex-Partner stets wohl überlegt sein. Vor allem am Morgen nach so einem Pantscherl kann dieser Satz einen Ausdruck der Bedauerung darstellen. Und, wie Wien bist du? BZ, Wiener Bezirkszeitung.